Willkommen zu der Meditation. Ich arbeite mit Bekloppten. Ich werde dir heute helfen, niemanden zu verletzen oder zu töten. Höre einfach auf meine Stimme, atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Akzeptiere die Tatsache, dass alle deine Kollegen einen an der Waffel haben. Jede Faser deines Körpers fühlt genau das. Du bist ganz präsent im Hier und Jetzt mit all diesen hirnlosen Kreaturen an den Schreibtischen neben dir. Und mit jedem Atemzug, den du nimmst, nimmst du auch die Erkenntnis in dich auf, dass du aber nur diesen einen Job hast und du brauchst diesen Job. Deshalb spüre ganz tief in dich hinein und entscheide dich gegen einen Komplett-Ausraster oder einen Mord. Träume nicht dein Leben, sondern halte deine Fresse.